Mein Name ist Nicole Wesner und ich bin Box-Weltmeister. Ich würde sagen, dass in mir noch viele Mädchen auf der Seite stecken. Wenn ich abends weggehe, mache ich mich zurecht wie jedes andere Mädchen auch, auch wenn ich Box-Weltmeisterin bin. Mädchen ist ja im Vergleich zur Frau noch etwas, was im Wachstum ist, etwas, was noch nicht perfekt ist. Ein Mädchen ist noch oft in der Phase des Entdeckens und neugierig sein. Ein Mädchen hat noch nicht so viele fertige Meinungen, denn es schaut die Welt mit offenen Augen an und versucht die Welt zu entdecken. Ich denke, jeder Mensch sollte ein bisschen so eine kindliche Seite in sich haben und ich denke, die habe ich auch. Ich denke, es ist wichtig für alle Frauen draußen, das Mädchen zu bewahren. Man sollte immer eine gewisse Unbedarfheit haben, trotz aller Erfahrungen, die wir in unserem Leben schon gemacht haben, mit einer gewissen Unbedarfheit und Unbeschwertheit einfach das Leben zu genießen. Und die Welt einfach zu betrachten wie eine Entdeckungsreise und es soll nie aufhören.